Der Fest ist für die Andehenprüfung 15 Grad, wenn man aufstehen will. Jetzt markiere ich hier nochmal 50 Millimeter von vorne. Jetzt müssen wir nur mal kurz gucken, dass ich hier auf das Metallische komme, sonst das Gummi würde sich hier wegdrücken, glaube ich. Da ist noch kein großer Druck drauf. Ich mache nur mal ein Foto. 800, 900, 50. Das sind 950 und keine Probleme. 10 Sekunden. Das war's schon. War's denn gut? Ja, ist nichts passiert. Also ich guck jetzt nochmal. Ach so. Das ist so massiv. Gut, wir können mal wieder einbauen. Ich mache jetzt mal wieder einbauen. Ich mache das ganz, was ich mache. Ich mache das so massiv. Ich mache das so massiv. Ich mache das so massiv. Vielen Dank.